Ich respektiere einen Gegner, der bereit ist, eine größere Herausforderung anzunehmen. Als bei deinem letzten Spiel, ich ziele einen Hut für dich. Was? Du hast gesagt, das ist tapfer von dir. Äh, Moment, was, was? Dass du dich mehr Gegnern stellst, als in deinem letzten Spiel? Ja, 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 das kenne ich den Spruch. Absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Du hast mir meinen Schatz geklaut. Du hast doch drüben auch noch einen. Ich nicht. Okay? Man schadet's jener zusammen, finde ich. Ja. Sind's Koyoten oder Wölfe? Wölfe. Koyoten sind voll geil, weil die geben voll, äh, ja. Geben genauso viele P, glaube ich, wie ein Wolf, aber sind richtig scheiße. Mhm. Was ich hier auch geil finde, ist ja, man kann hier problemlos zutun. Ja, ich würde sagen, so ein paar Mal zu. Oh, dass man's wie bei, äh, bei Straft und Mittler musst du dann steuernd ein B drücken. Und dann kannst du ein Ding zutun. Ja, dann musst du dieses Fähnchen wieder löschen. Ja. Manchmal kann's schon ganz praktisch sein, aber so... Ja, wenn du im Marker sitzen willst, aber... Du kannst richtig schön hier mit Shift was machen. Braucht's das? Ja. Find ich schon. Sau wenig Holz. Schau, und hier ist, hier ist der Fluss jetzt irgendwann. Du müsst eigentlich kommen, genau. Mit zwei, ein paar Übergängen. Hey, ich hab den Gegner gefunden. Was hast du? Gegner gefunden. Boah, die sind immer nah. Ja, ich denk mal, hier ist einer. Der nächste wird hier sein. Da. Und da, weil da oben kommt schon wieder der Fluss. Das kann sein. Haha. Aber die Wölfe sind schon nicht ohne. Aber die Berglöwen echt nicht. Die sind echt nicht von schlechten Eltern. Oh, 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 oh. Bleib mir am Arsch. Du hast das jetzt endgut, weil du hast doppelt Pelzhändler quasi. Ja, weil du hast als russer Team Pelzhändler. Ob, ob, ob das überhaupt gilt oder nicht. Also wenn ich Pelzhändler schon hab, ob das dann... Gute Frage. Ich vermute schon. Ich kann mir schon was schicken lassen. Was? Ja, Heimat. Ja, das hab ich auch schon. Echt? Hast du mich schon mehr gekillt, oder was? Freile. Freile. Ich hab vorhin noch 30 EP bekassiert. Tja, komm, 30 EP. Du bist richtig. Bitch, please. Was? Boah, das ist saumäßig viel hier. An Schätzen. An der Stelle. Ich hab noch nicht eines eines dieses Moments Scharfschützen-Schuss gebraucht. Na, ich hab ihn schon benutzt. Einmal für drei Wölfe. Ja, es hat nichts gebracht. Es kann mir nur ganz wenige. Alle drei Wölfe erwischt. Ja, auf einmal. Boom. Genau. Ja, natürlich auf einmal. Hallo? Hallo? Ich kann die scheiß Jagdrunde noch nicht machen. Hallo? Weißt du, du Deutschen kennst doch verstanden und verstanden, sagen sie. Ja, wenn sie irgendwo hingehen sollen. Und Händler, wenn sie auf Münzen gehen. Ja? Ich hab den gerade so schnell hingeklickt, dass er gesagt hat, Fischhändler. Oh, gut. Fischhändler. Was wird getan? Ja. Was wird getan? Ja. Das wird getan. Ja. Was? Zumachen? Ich hab schon einen dahin geschickt. Ich hab schon einen dahin geschickt. Ich auch. Ssssss. Oh 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 oh! Ja, geil, 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 geil! Wo soll ich den zumachen? Soll ich den Handelspasten noch mitnehmen? Ja, nimm mit. Den vorderen? Ja, den zweiten halt. Voll geil! Der hat grad mir einen weggeschossen. Jetzt kann ich den Problemlosen nehmen, den Schatz. Echt? Nice. Ja, weil schau, er kämpft und verliert gegen den Eisbär. Nett! Meine... ne Mist, ich dachte, Mutter ne... Was? Der Eisbär greift weiter an, saugeil. Ich hab fast das trocken vergessen. Ach, jetzt komm! Jetzt greift er meinen Kundschafter an mit seinem... So, der Scheiß. Ganz ehrlich. Was denn? Ja, der greift mit seinem Kundschafter meinen an, was er... Hab ich ja noch nie gesehen. Was? Das find ich immer so unnötig, dass er das macht. Ja. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen gemein gewesen, weißt? Hey, gibt's ja Goldminen, die geben ja 5000. Kennst du das? Hm. Ja, es gibt ja auch so Bronze- oder Kupferminen. Ja, Kupferminen bringen auch nur 2000. Zwei, glaub ich. Aber Gold sind 5000. Hm. Bloß blöd, dass der Eisbär den letzten Schlag hatte, was sonst hätte ich 45 EP extra kassiert. Bitte? Dass der Eisbär den letzten Schlag gemacht hat beim gegnerischen Kundschafter. Sonst hätte ich 45 EP extra kassiert. Eigentlich schade. Stimmt, ja. Mhm. Greifst ihn mit an. Höh. Auch Bescheid. Du kannst an der Mutter Natur 100 Gold senden, damit du dann weiterkannst. Äh, damit du ihn wieder haben kannst. Hallo. Mutter Natur, das sind ja nur die Viecher. Ja. Und die interessiert Gold den Scheißdreck. Na, da wär ich mir nicht so sicher. Warte, ich mach zu dir zu oder sowas. Mahl. So, jetzt muss ich mich skännen. Pizzapizza. Was? Pizzazapizza. Ah ja, soviel dazu. So, und? Alles zu? Alles discht? Nein, noch nicht. Ich schicke da mal noch einen dran. Behalte dich. Jetzt ist gleich alles zu. Schicken lassen. Ich hatte es die ganze Zeit im Kopf, dass ich Russe bin. Ich weiß nicht, warum. Tja, ich bin halt Russe. Was? Der bist du, Russe. Dann verkaufst du mir dein scheiß Erdgras. Oh oh. Oh oh. Doch, wir machen mal da ein Tor rein, schnell. Bitte, bitte, bitte. Hier, wo mein Siedler geht. Eins war da oben noch. Da jetzt. Glück gehabt. Nicht, dass der da meint, er ist der große Held. Mein Held! Grüß dich, Russe. Grüß dich, Russe. Grüß dich, Russe. Bereit? Ja. Das wird er gemacht. Genau. Wir haben hier gar keinen Goldenen. Das ist ja voll der Scheiß. Voller Schiss. Ja. Und die haben wieder einen Haufen. Alter, wie viele Haufen. Ich kann nicht gehen. Ich habe auch 1.000 Euro. Ich habe 1.300 Euro. Ich habe gerade nochmal zwei Siedlerladungen hergestellt. Ach komm, der Wichser. Mein Kutschafter kaputt gemacht. Ach so. Ja, so. Stell dir vor. Stell dir hinter. Wieso hinter? Weil halt. Ja, so. Mal lieber nicht. So, jetzt mache ich dich dann. Ich will dann Haus. Was? Oh, hierhin. So. Hallo. Schaffer. 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 Ach, vielmehr Holz. Ich auch. Futter habe ich unendlich. Habe ich genug. Ja, ich auch. Das sind garantiert dann scheiß Pelzhändler. Hörer. Hörer. Wieso ich? Gibt es da wo? Oh, oh. Das wird jetzt aber knapp. Kundschaft da gegen Wolf. Oh, oh. Ha, ich habe seinen Kundschaft da gekillt. Das war als auch wieder so typisch, ja? Weil ich wusste nämlich, mein Kundschaft ist fast am Arsch. Auf einmal höre ich das, wie wenn der Kundschaft tot ist, denke ich mir so. Scheiße, im Moment, das ist Englisch. Ach, ja. Das ist mir eingefallen, nur im Moment, das war als Englisch. Echt war es Englisch? Ja, was er gesagt hat. Also konnte es nicht meiner sein. Hm. Ich wusste jetzt nicht, von wem ich ihn kaputt gemacht habe. Grüß dich, Domeitler! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Grüß dich! Die Trinitzen sind so scheiße gegangen, weil wir... War dafür gegen einen anderen gut. Hm? War dafür gegen die... Infanterie... Ja, sind sie nicht schlecht. Ich komm mal zu dir, okay? Stimmt. Okay. Oh, die Eisbären können Männchen machen. Schau eine an. Ja! Ja, gut. Bescheuert! Hahaha, lustig! Mann, hier sind lauter Eisbären. Warum bloß? Ja! Keine Ahnung. Und der hat mir den scheiß Siedler hier weggenommen. Zum Befreien. Pesch gehabt. Fürsich gehabt. Hö, hö, hö. Genau. Mann, Holz ist echt hier. Mangelmarie. Hammer nur Holz? Achja. Jetzt müssen wir... Aber im Moment kommt er nicht so stark, finde ich. Wo bleibt denn der? Magt der nicht angreifen oder so? Früher war der KI aber irgendwie ein bisschen anders, hab ich's gefühlt. Das ist aber bei jedem Spiel irgendwie so, finde ich. Früher war alles besser. Ja, früher waren sie besser. Auch bei Siedler 3 zum Beispiel. Das hab ich schon ne Weile lang halt nicht gespielt gehabt und dann gespielt und dann... Boah, ist die scheiße, die KI. Das ist frech, wie er jetzt hier ankommt. Kaum sagen wir's. Wieso hab ich nur drei Doppelsöldner? Wieso hab ich nur drei Doppelsöldner? Wo ist der Rest? Weiß ich nicht. Äh, weg. Wo ist der Rest meiner Doppelsöldner? Wo geht der jetzt hin? Die geht zu mir hoch. Ja, genau. Ja, genau. Ich werde dich nicht vor dem Zorn meiner Truppen retten. Ach, weil er mein Zeug nicht in Ruhe lässt. Oh, was? Das ist richtig. Wo ist der Rest? Du bist fertig? Die werden fertig. Aber wo ist... Ich frag mich echt, wo sind meine Doppelsöldnern? Ich hatte doch vorher fünf gebaut. Und jetzt nochmal vier. Ja, aber die sind am Anfang so schnell weg. Ja, ich hab's ja nicht mal kämpfen lassen. Tja. Gute Frage. Gutes Frage. Das kann doch nicht sein. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Vielleicht leben sie auch noch. Inkognito. Also da sind we... Jetzt hab ich zwei gefunden. Ah, jetzt sind sie alle. Gute Frage. Ne, eine fehlt noch. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Gute Frage. Demonstratier? Ah, jetzt seid ihr morale nicht im Ding. Was? Reitswert! Reitwert. Reitswert! Reitswert! Mein Forderger! Ja, da hat meinen Siedler gekillt. Boah! Recht? Jetzt werden schon wieder mehr Doppelsölten, leck' mir am Arsch du. Boah, die sind so scheiße teuer, gell? Ja, insgesamt 200 Rohstoffe. Arschteuer... Jetzt baut er da noch... Mann, jetzt hat er da auch noch ein Ding hingebaut, weil ich nicht aufpassen konnte! Ein Fahrrad? Ah, kacke. Ja gut, solange du nicht hingehst, macht es nix. Ja. Hm, lass mal noch. Ist hier kein Wild mehr? Bitte? Hier ist kein Wild mehr. Doch, da oben. Nicht mehr viel. Oben ist noch. Verkauf? Verkauf? Ich mache es. What a dead sign. Bären hierhergaben. Das weiß ich nicht. Magst du denn nicht mal den, ähm, Handelsposten holen? Ich habe meinen Ziegler gerade nicht da. Ziegeln dauert es auch ewig. Äh, nein, mein Kundschaft ist gerade überhaupt nicht da. Dann nicht, dann nehme ich es mir. Du musst, äh, kannst du mir mal aufpassen hier. Ich habe alle meine, oh, oh, ich habe alle meine Einheiten verloren. Komm. Unten, unten halt. Äh, ich komme. Der latscht eh wieder zu mir hoch. Nein, eben nicht. Okay, die Hälfte latscht mir hoch. Ja, правильно. Ich halte mal die oben auf. Falk nicht frech, wie er es genau dahin platziert. Ist aber interessant, dass ich es genau so hingeplatziert hab, dass alle meine Militäreinheiten, die jetzt da rauskommen, aus meinem Dorfcenter, sofort abgewählert werden, weil sie genau dahin dort, in seiner Reichweite vom Fortloch. Aus deinem Dorfzentrum? Ja, wenn... in den Platz... Ich hab doch da was platziert. Mhm. Die würden genau da rauskommen. Boah, ist ja gemein. Ist ja fies. Fies, ey. Boah, die Streczen sind echt scheiße. Die Langbogenschützen sind viel besser. Ja. Und das, obwohl sie nur 1,3 Bonus haben. Mhm. Geht's bei dir unten? Ja, da kommt er schon wieder. Ja, richtig. Ich kann echt nirgendwo... ... noch Gold sammeln. Ich muss tatsächlich nach oben schauen. Oder da? Nein. Dann geh an meine Mine hier, ich geh da hoch. Wie hat der die jetzt kaputt... Dabytik? Es können maximal nur 10 an eine Mine, oder? Oder wie war das? 20. Ey, da ist ja mit ein bisschen was drin. Ja. Ich weiß zwar nicht ganz wie er das geknackt hat, aber ja, er ist drin. Das verstehe ich ja auch nicht. Oh, Fortwagen, Fortwagen. Puh. Gut, doch. Jetzt die da hinten. Und mit Siedlern ist der auch so. Hast du die grad freigemacht, oder was? Die... Die kann... Ach nee, Quatsch. Oh, bei mir ist er drin. Ja, aber die nicht weiterlatschen. Ne, ist jetzt... Da! 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 Jetzt rennt's durch die durch. Also ich... Ich... Ich gern das eine hin, dann haben sie was falsch gemacht. Geh ich zum anderen hin, dann haben sie auch wieder was falsch gemacht. Und verkacken's da nicht. Mensch wird drin alles. Da, schau, geht doch. Äh, hast du auch die Möglichkeit, da das Ding kaputt zu machen? Das vor Ort? Mh... Das wird noch nicht klappen. Da... Das sind meine Einheiten nicht geeignet. Ach so. Weil ich verteidige hier. Das kannst du am besten mit deinen Doppelsoldnern. Ja eben, dann kannst du du deines Kanonenfurtter da hinschicken. Ja, dann bleiben meine Doppelsoldner am Leben und ziehen einen Haufen Scheiße ab. Ja gut, das... Schau mal gleich. Ich muss hier nur erst noch verteidigen und dann können wir das schauen. Also wir können das hinten raus. Ja, toll. Nein, ich... Der zerkillt mir meine Doppelsoldner die ganze Zeit. Ja! Boi! Brauchst du Rohstoffe, um sie herzustellen? Ja. Dann geb ich dir was. Warte, wo geht das nochmal? Da brauche ich noch Zeit. Nein, da nichts. Bleib dir jetzt mal hinten! Hinten bleiben. Ja! Was ist alles was du hast? Weiß nicht alles, aber du reicht doch. Oh ja, ja. Was, dörst du mein Völkern? Die kann ich dir nicht schicken! Achso! Scherz-Kicks. Ah, ich hab' mir noch ne Idee, ich werd schon mal aufrüsten. Nein, ihr sollen da nicht hin! Was hat mir gemacht? Oh ja, was? Was? Warst du? Warst du? Warst du? Warst du? Ja, warst du. Warst du? Ja, richtig. Oh, da kam er ja rüber. Das quält mir aber nicht. Ich dachte, oben wäre nur Fluss. Oh, das Wort ist gleich weg. Ich meine, da kann der ja auch oben rum. Ach, ein Glück, dass der dumm ist. Mhm. Ich kenne die Karte doch nicht. Ja, genau. Ja, das ist alles. Ja, das ist alles. Kompliziert. Ah, das hat geklappt. Das Wort ist weg. Ich sag eher Stress. Multitasking. Das ist Multitasking. Jetzt wieder da hin und das machen. Was nehme ich denn, den nehme ich? Oh. Wie ich das manchmal hasse, wenn du mit gegen Schatzwächter kämpfst, das immer genau nicht auf dem nullten Leben hinhaut. Ja, ja, ja. Das ist nervig. Das sei nervig. So. Das... Dann. Jetzt ist er da oben! Ich glaub's nicht. Lass dir auch mal was Neues einfallen. Naja. Das ist der Zauber. Das ist der Zauber drin. Das ist der Zauber. Ja, weil der einfach durchreitet, der Wichser. So, schaut mir so aus, oder wie? Dem Sinn. Ja, diese Schlacht wird in die Geschichtsbücher ein. Ja, genau. Ja, sicher. Ich helfe dir gleich. Ja, das ist schon so richtig. Jetzt gleich weg. Und ausgerechnet jetzt schaffen die es wieder nicht, äh, zu arbeiten. Nichts geschissen gekriegt. Ich hasse, ey, es andauernd ist irgendwas mit meinen Leuten. Die können nicht in Ruhe sammeln. Bei mir auch. Dum, 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 nix. Geht wieder nicht. Oh, sie ist her. Noch mal. Ach, Zykl. Okay, da. Okay. Was, was, was liegt da? Hey, bestand an Fichten. Cool. Tannenbaum, oh, Tannenbaum. Tannenbaum.